Herzlich Willkommen zurück bei Black Mesa, zweiter Teil des alten Half-Life Remakes. Wir sind in unseren Anzug geschlüpft, haben einem Typen am Scheißen geholfen und... Du bist ein sehr unrealistischer Schwarzer. Man, sehen die alle uninteressiert aus hier. Hm... Was ist denn, Doc? Ja, ich bin Gordon Freeman und... Ich bin Gordon Freeman und die Leute hier müssen mich konstant daran erinnern. Wir haben nur noch einmal mit uns, Doktor. Wir haben gerade den Sammel nach dem Test-Chamber gebracht. Wir haben den Antimass-Spektrometern zu 105%. Ein bisschen schrecklich, aber wir brauchen eine weitere Resolution. Der Administrator ist sehr interessiert, dass wir eine konkrete Analyse von heute's Sammel. Ich glaube, er ging zu einigen Längen, um ihn zu holen. Sie warten für dich, Gordon. In der Test-Chamber. Genau! Komm schon, dann. Ich gehe dich runter. Ah, endlich. Dann machen wir hin. Warum bin ich eigentlich euer Test-Kaninchen? Aber wir haben keinen Zugang zu den Scheiß... Jetzt mal ohne Scheiß, wie lange arbeite ich jetzt schon? Mann, das ist so eine große Nase. Aber... Ah, ich gehe mal. Was ist regarding unsere Analyse? Das wurde niemals nicht das gemacht in der ersten Ort, um zu tun. Das ist nichts, was wir uns nicht unterhalten können, Eli. Wira, Gordon. Es wird nur einen Moment sein. okay hey verdammt nochmal mach die Tür auf das bedeutet ich steck fest, moment schönes Geräusch macht immer wenn ich sprinte ach moment zu schlau ja ich bin schon hier Ja, hier sind wir. Jeder hat sich geschaut für dich, hombre. Oh, hier ist er. Ich bin sicher, dass wir ein bisschen von der Standard-Analysis Procedure sind heute, Gordon. Ja, ja, aber mit gutem Grund. Das ist eine rare Möglichkeit für uns. Das ist der purest Sample, die wir noch nie gesehen haben. Und, vielleicht, der nicht stabil. No, no. As long as we follow standard and certain procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that. Although I will admit that the possibility of a Resonance Cascade scenario is extremely unlikely. I just don't feel... Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the Administrator that nothing will go wrong. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let them in now. Also, solange keine Katastrophe passiert, wo irgendwelche Wesen aus einer anderen Division in unsere Welt kommen und alle Menschen in dieser Anlage töten, bin ich dabei? Ich kann GLaDOS nicht für euch das machen. Huh? Geh weg. Oh, right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, That way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Light on, klettern like a boss. Das Ding, hier, da. Wow. Ich schau an unrufstürfe über den Rappen. Very good. We'll take it from here. Power to Stage 1 Emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase rays. Stage 2 Emitters activating now. Uh, Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level. Oh, what? Door, huh, huh? Hey, please work as quickly as you can. Oh, but... Overhead capacitors to 105%. Uh, it's probably not a problem. Probably. But I'm showing a small discrepancy in... Let's deal with what? Uh, no. It's well within acceptable balance. Sustaining sequence. We've just been informed that the sample is ready. It should be coming up to you at any point. Look to the delivery system for your specimen. Oh, cool. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 6. 6. 5. 7. 10. 7. 11. 12. 7. 12. 11. 12. 12. Was im Teufel seid ihr? Sie beten mich wie eine Gottheit an. Und jetzt müssen die Garten geladen werden. Ganz ehrlich, so was ist für mich ein No-Go mitten in einer spannenden, äh, aufbauenden Szene, auf einmal müssen Daten geladen werden, aber, meinetwegen. Wenn ihr irgendwelche Geräusche mit uns hört, das ist bei PC, der Arbeit ist nicht gerade tot. Was ist hier? Okay, ich sollte sich erst mal hier raus. Was ist hier ab? Ja. Ich will helfen. Kann ich irgendwie helfen? Doktor! Sie müssen ihn retten! Was soll ich ohne ihn tun? Haben sie eigentlich schon mal gemerkt, dass um seinen Kopf herum blitterweise Blut verschüttet ist? Ich weiß nicht, ob eine Herzmassage sehr gut ist. Ich glaube nicht, dass er das schafft. Vielleicht hätte er es geschafft, wenn ich diesen Erste Hilfe Dingser liegen gelassen hätte. Nein! Sie haben... ... ... ... ... ... ... ... ... Toilet, 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 Anus, Area Toilet, Toilet, Toilet Not cool Ich hab ne Taschenlampe für den Film Aufheben Das nehm ich mit Warte Oh Feuer, nicht gut Ok, hier kann ich schonmal nichts machen Ich glaub ich muss die Teile beiseite räumen Ich würde sie nicht empfehlen mit dem Aufzug zu fahren, aber ok Der scheint ja alles überlebt zu haben Der scheint ja alles überlebt zu haben Gordon Vielen Dank für diesen Schrauben Alle Telefonen sind weg Ich kann nicht jemanden in der Fasilie Wir müssen nach der Grunde und jemanden wissen, dass wir hier entdeckt sind Es gibt keine Ahnung, welchen gefährden wir sind Oh mein Gott, was haben wir gemacht? Was? Oh Okay, jetzt geht's los was ist los? oh er fühlt gerade weg hier das ist lustig Fett für dich, du hast Fett gehabt und ich nicht sag mal, genugter Sprung what the, uah du Misty fiss dich weg von mir Gordon Freeman muss hier hoch verdammt nochmal ich steck fest meine Fresse, warum funktioniert denn das nicht oh jetzt funktioniert, komischerweise what the hier irgendetwas geht hier ab was mir nicht gefällt da wir machen uns auf was denn wo ähm ich war es nicht dann heißt es hol Leiter nach oben nochmal laden aber wo wir gerade schon mal hier bei dem Ladepunkt sind ich mache jetzt mal einen Cut das Video ist lange genug danke, dass ihr zugeschaut habt für eure Aufmerksamkeit für euren Support immer nachdenken JustFu bis zum nächsten Mal